Na ja, mein Problem, meine Zeilen. Ja, die sind aber alle unterwegs hier. Ich bin hier an der Ecke, wo es nicht... Wo du als... Komm doch einfach hier zu der Ecke, wo ich bin. Weil hier ist nicht so kalt und du brauchst eine Facke, um dich alleine zu wärmen. Ja, dann ist gut. Ich brauche trotzdem Essen, weil... Ich hab nichts mehr. Hat irgend noch einer Bären? Oder doch, warte, Bären hab ich. Hier. Hier nur noch. Das ist wieder Ressourcenkampf. Ich hab nur noch hohes Fleisch. Danke, danke, danke. Ich danke euch viermal. Ich werd's irgendwie wieder gut machen. Ich heil nämlich schon hoch ein bisschen. Denk dran, bevor die Ressourcen rausgehen, würde ich wieder nach oben gehen. Ich geh eher raus, bevor ich das scheiß Artefakt habe. Wir stehen ja genau davor. Das ist ja Quatsch. Das wir den ganzen Weg zurück, das überleben wir nicht. Ja, dann mach ich halt. Ja, das ist wie ein Sliper. Ja, jetzt ist... Drei Krokodile sind raus, half ein Mega-Piranje aus. So viel kann ja fast gar nicht mehr drin sein, ne? Ich bringe aber vor, Hans Wasser. Ja. Und schwimm ein Stück und komm wieder zurück. Und wenn dann noch ein paar Piranje sind, schmeiß die Kronade rein. Hast du noch eine? Ja. Achso, du hast es zwei mitgebracht. Ich hab das zwei mitgebracht, dann sind alle fünf mitgebracht. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Kann ich irgendwem von euch Blut klauen? Ich hab nichts. Ich hab keins. Ja, ich hab voller Energie. Okay, Blut. Ja, sowas. Oh, Puh, mein Boxershorts. Dann baue ich jetzt nämlich eine Blutsyringe und dann... ...gehe ich mit Speedy ins Wasser rein. Ich geb euch meine Longneck, meine Wasserflasche und dann geht's rein. Nein, ich muss sie dir droppen und du musst sie an dir selber benutzen. Hinter dir. Und dann geh ich mit Speedy rein. Gib mir deine Longneck. War mir klar, dass du die haben willst. Äh. Ach, da hast du dann die Beutel dort geil. Okay, einmal Longneck. Einfach mal Munizierung. Tobi, hast du noch eine Spitzkarte? Ja, ich hab noch eine einfache Spitzkarte. Die liebe es auch sehr, sehr weile. Ja, die kann es ja auch jederzeit wieder reparieren. Ja, ich hab's ja gerade. Alter, geht das geil. Mal, was will ich dir jetzt noch ein bisschen Fleisch holen? Ich bin hier vor mir aus noch so ein Blutel. Ich kann mal ruhig machen, weil es kostet übelst viel Energie. Da will ich, danke. Hallo, ich hätt' gern mal deine Waffe, Speedy. Kann sein, doch doch jetzt. Achso, ich droppe euch noch hier meine Ersatzfackel. Das Eis. Heiltro ist Fleisch. Nein, ne? Nein. Aber es gibt dann Futter hoch. Also du solltest nie mehr als zwei oder drei auf einmal essen. Wo hast denn jetzt das Eisen hingeschmissen? Hab ich gesteckt. Ich brauche hier alles gerade, falls ihr euch irgendwas reparieren wollt und ne Fackel bauen wollt, gebe ich gleich auch den Kram. Für drei Fackeln müsste ich noch hier was sein. Ja, Puma, es reicht. Ja, Puma, reicht, danke. Nur was wichtig ist, ich jetzt reich. Wie die deine Waffe? Hab ich. Oh, warte mal. Hatte man noch per Wasserflasche. Die Munition habe ich getroppt. Okay. Und die habe ich schon schein' die. Ich habe Munition, ja. Wandert euch gekannt zu haben. Hast du die Waffe? Ich habe von, von, warte, ich habe von, ähm, warte jetzt mal gucken hier. Ich habe von, äh, ja, einen Longneck hab ich. Eins aber nur. Ich habe mal einen Longneck, weil ich glaube, keine Munition. Hast du noch Bärom? Ach ne, ist die ja. Ich habe Munition getroppt. Ja, der hat Shandy auch genommen. Ich habe nur noch vier Euro gehabt, von der Munition. Zwöl, äh, zwanzig hab ich. Aber ich habe keine Waffe. Ja, gib mir die Munition. Ich habe dir meine Waffe getroppt, aber. Ja, aber ich habe vom, vom Speedly die Waffe habe ich nicht. Ja, die hat doch Hadedin. So, gut, hier ist schon Hadedin. Hat jetzt jemand noch Bärom? Nein. Warte, ich gucke. Zähne habe ich noch. Ja, hier. Egal, und wenn ich dreimal sterbe. Wihi. Bist du hier drinnen? Ja. Warte, warte, warte. Ja, was hätte auch können. Raus mit dir, du Schlumpf. Raus mit dir, du Schlumpf. Wo bist denn du eigentlich? Im Wasser. Bist du im falschen Wasser? Ja. Bist du auch immer. Aber hey, ich habe raus, von dir unten gibt es einen einfacheren Weg zum Reinen und Rausspringen. Ist das ein hässlicher Piranha? Das ist eine Schwinde. Was ist das für übster Fakt? Keine Ahnung, was da vom... Das ist aber auch nichts missfielen. Boah, also mit dem Raptor, mit dem 60er Strang. Na gut, auf drei, zwei, ein, dann lauf rein. Oh, schumpf. Das Speer ist bereit. Und Speedy, ich glaube, du hast die meiste Energie, ne? Oh. Ich versuch, dir den Arsch freizuhalten, du nimmst das Artefakt aus. Okay. Nimm's aus. Gut. Hast du es? Gut, dann raus. Ja, nur ich. Das nützt du vorhin. Das ist so ruhig, alles. Ja, das nützt nichts. Außer die Spinne, die festpackt auch. Das ist, glaube ich. Das müsste keine Spinne sein, das ist gerade ein Wasserfall, das Wasserplatschert. Oh Gott, zieht das bescheuert aus. Hm? Bist du Wasserfall? Alter Schwede. Okay, bin hausend. Okay, außer nichts machen. Buma. Ja, mal. Sag mal, Leute. Das war's auch cool. Falt die Sachen. Ich sterb sowieso von mir nach draußen. Wie die? Also, raus. Ja, ich bin da, wo wir uns gewärmt haben. Ja, ich hab ein Leck hier unten, jedes Mal in der gleichen Ecke. Warum machen wir draußen alles? Machen wir draußen alles. Achso, meinen Sperr bräuchte ich bitte mal. Das war okay. Das war okay. Ich meine den Sperr. Der packt vor meiner Nase rum. Ist ja pervers. Okay. Ich brauch Rezepte unten. Was ist das? Ja, pack weg das Rezept. Tu mal vorne weg. Alle haben wir noch ein paar. Ja, es liegt dir. Kommt ihr auch an, läuft das? Ja. Bin ja mal gespannt. Also, pack's in deinen Raptor. Guck mal. Hey, da war das doch ein Autofakt-Milie. War richtig cool. Das war witzig, weil ich hab so eine Schlange. Ich hoffe mal nicht. Wart ihr mal bitte auf mich? Bei mir leckt es gerade total. Die Warfare ist ja unglaublich stylisch. Nö, ist das Autofakt-Milie. Ist das Autofakt-Milie? So, weiter. Wenn du jetzt rausrennen und dann brauchst du das Autofakt. Ähm. SPD? Hä? Was hast du aufgenommen? Jetzt wirst du die erfahren. Wie? Brauchst du mich jetzt aber? Ne, Unimist. Taken all vom Inventory. Was? Was? Du musst nach unten scrollen. Irgendwas bist du auch aufgenommen haben. Hast du die Blutkünste einfach noch? Die hab ich, ja. Brauchst du die? Naja. Komm mal die mal bitte. Das soll ich mich nicht sauer haben. Ohne Scheiß jetzt. Ich sterb hier gleich. Was hast du aufgenommen? Du bist doch irgendwas Neues in deinem Inventory, Speedy. Nö, halt nicht. Willst du mich verarschen? Du hast jetzt... Ich hab's genommen, hast du ja gesehen. Ne, ich hatte dem den Rücken zugedreht. Ich hab gesehen, dass das Autofakt verbrochen ist. Damit hast du's genommen, ja. Ist es vielleicht irgendwo bei dir unten in deiner Leiste gelandet? Du musst doch irgendwas genommen haben. Fleisch, Bärm, ne Fackel. Schau dir mal bitte eine Fackel an. Noch ne Fackel. Hält aber nicht lang. Fleisch, Metal. Hm, ich bin so schlecht. Tanat, dein Meko konntest du nicht näher an die Wand setzen, oder? Was konnte ich denn? Guck der durch die Wand, ja? Konntest du Meko noch näher an die Wand setzen? Er guckt durch, ja? Ihm ist kalt. Ich streb hier. Ja, der steht auf Follow. Hast du noch irgendwas Wichtiges einstecken außer deinen Sperren? Nö. Dann nochmal ab und zu Hause. Wohin erkenne Tiere mal drin. Kann ja nichts passieren. Reintauchen, gucken, ob's unten liegt. Hast recht, Bärm, 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 Bärm. Wie gesagt, es kann sein, dass du hast es rausgenommen und hast da ne Axt drin gehabt. Es gibt ja auch öfter ne Steinachs oder irgendwelche Scheiß. Jo. Deshalb sag ich ja, es muss nicht das Ortefakt gewesen sein. Das ist keine Steinachs gewesen sein. Die hab ich vorhin fallen gelassen. Okay, dann wirst du eine Steinachs aber auch nicht das Ortefakt. Das ist jetzt nicht so gut. Aber es wär ja krass. Also du schaffst die Höhen normalerweise nicht in dem Zug. Also du musst zwischendrin raus, glaub ich. Ja, du müsstest halt mehr Blutkonsarfen. Ich hab deinen Speer eingesteckt. Ich häng fest. Also das nächste Mal machen wir mal Blutkonsarfen vorher. Brauchst du den Speer? Jetzt, ja. Jetzt geh ich ja nochmal vor den. Ich hör ne Schlange. Du hör ich ne Schlange. Ich seh'n's ja nicht. Die Tanne hier ist auch gebratenes Fleisch für dich. Ja, Puma, siehst du das da drüben? Wo die Kristalle sind? Da geht's weiter. Was? Wo die Kristalle sind? Was? Gerade aus, wo ich stehe. Einfach gerade ausgucken. Da ist nochmal ein Höhleneingang. Und da musst du aber durchs Wasser durch. Ja, ich kann aber nicht weiter. Ich bin eh schon am Verhungern, also von daher. Ich guck, dass da drüben mache ich jetzt. Oh, hier kommt alles gerannt. Oh, scheiße, es kommt Schlange. Fuck, 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 Spidi, pass auf. Du schnallst ja hin, ist wie... Hau ab, du Grauele. Wie zur Hölle kommt man denn hier raus? Iiiiih! Du kommst doch nicht mal raus. Du kommst doch drüben raus. Hey, hier gibt's Schlange. Ich hau, keine Bogen. Scheiben. Oh. Wo ist die Schlange, wo ist die Schlange, wo ist die Schlange, wo ist die Schlange? Iiiiih! Es tisselt mir was am Arsch. Oh, komm schon, ey. Toll, jetzt sterbe ich durch die Lecks. Ich hab'n Weg gefunden oder sowas. Ah, ich bin Starwing. Ja, ich bin auch Starwing, aber es passt schon. Ich guck mich hier unten an. Hier find ich ja noch irgendwo irgendwas. Die Schlange. Die sind Wasser, aber die kommen nicht hoch. Aber da hinten ging's doch einfach doch noch. Hinter dem Alltag, wo wir jetzt waren, ging doch noch der Weg hin dazu. Na gut, lass mich kurz hinlaufen, komm. Geht raus. Also ich bin grad hier unten, wo wir das Artefakt eingesammelt haben. Hier geht's unter Wasser weiter. Hier ist doch noch was an die ganze Zeit. Na gut, das heißt ja fast immer. Ja, hier drüben ist alles lila, ne? Das muss schon noch was sein, aber... Ich guck mal, wie weit das nach unten geht, bitte hier. Alter, Fisch. Was ist denn das hier unten? Hier, sag ich schon mal. Da hinten, ach, dort hinten, ja. Das geht noch übelstweise noch. Stimmt, muss noch durchs Wasser durch. Ja. Oh Gott, Leute, wenn wir hier weiter wollen, brauchen wir... Raus. Alles, 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 alles raus. Wir müssen definitiv aus Teilen zurück mitnehmen. Jupp, und ich brauch ne neue Rüstung, denn ich werd hier nicht mehr lebend rauskommen. Ich auch nicht. Ich hab Pumor und bin fast tot. Ich hab saufen, bist du? Ja, er ist ja. Boah, ist das geil. Hast du sonst noch was, Pumor, was Wichtiges einstecken? Ne, das haben wir auch zu mir, oder? Okay, dann rennen wir jetzt raus und... Okay, fuck. Rüstung ist ja kein Problem, Wasser. Weit tief in der Höhle drinnen. Seid ihr schon auf dem Weg, Hallelin? Sonst kommen wir euch mit Essen entgegen. Das war gut. Erstaubt es fürs Team. Gründ. Komm, Tobi, pack dir Fleisch ein. Rein. Das ist eine verdammt tiefe Höhle, Leute. Ja, das ist definitiv. Ja. Ich glaub, das ist die tiefste, die wir bis jetzt hatten. Ne, ist die tiefste. Glaub mir, unter Wasser geht die Höhle nochmal. Ja, Banner, Banner. Ah, es leckt. Eine ganze, ganze Ecke weiter. Wie, die, was muss das jetzt? Ja, es leckt bei mir auch gerade am Stück. Wollen wir schringen? Aber ganz extrem. Du hast zu viel Text, ich kann nicht lesen. Ich spawn. Wollen wir keinen Banner einfügen? Wollen wir hier doch einen Banner haben? Banner, das ist ja scheinbar. Ich bin kein Fuck-Banner. Wollen wir hier. Wollen wir hier. Wollen wir hier. Wollen wir hier. Wir haben ein Problem. Was? Bleibt ja drauf. Ähm. Die ganzen Tiere sind nachgespawnt. Okay, dann warte ich jetzt hardcore. Ja. Was tut? Habt ihr Essen? Ja, nein. Aber ich glaub, ich ziehe euch schon. Ja. Du siehst die Fackel schon? Ich sehe der Shanty. Scheiße, ich muss hier rausgehen. Jogi, bist du da? Ja, ja, ich stehe es rot hier. Ja, los, raus, 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 go, go. Was zur Hölle bin ich denn gelandet? Ah, ah. Schlange. Dem gehört ein Brunhilde. Auch eine Schlange. Brunhilde, du bist bei Pappkamerad. Was zur Hölle? Hab doch, die Schlange hab doch voll zu stetten. Ach du Scheiße. Ja. Okay, ich bin glätt. Du hast ein Bett zu weit genommen. Ups. Hier hin, rechts, Tobi. Oh, Backroll, ey. Das ist zum Kotzen. Ich wollte grad sagen, wo steht's. Scheiße, ich hab hier ne Bärn warm. Sorry, ich muss das durchhalten. Weiß wohl lang, nur. Scheiße, du hast ne Anergie? Ja, die Tiere kamen ja erst weiter hinten. Nee, ich hab kaum noch was. Ja, ich muss ich nicht. Fuck, Spann. Kommt's auf. Ich will nur mit dem Fackel, damit die mitzusehen, wo sie langen müssen. So, das war meine letzten, ähm, Bären, die ich hatte. Ja, dann... Oh, ich startle. Okay, ja, da kommen wir nicht vorbei. Ähm... Das sind gerade fünf Fledermäuser und ich glaube, wir müssen da raus. Und ne Schlange. Wie, der Mann, ne? Wo ist denn der Ausgang? Der hat einen eingelegt, glaube ich. Ah, da. Oh, scheiße, die Schlange kommt. Nicht. Die Backrohrs. Wow, ja, da sind auch drei Fledermäuse neu gespawnt. Äh, ich muss zu dem Grün... in Richtung grüner Obelisk, ne? Ja. Ja, genau. Ach, meine Energie geht auch. Ich seh noch mehr Fledermäuse da hinten. Also, die Viecher sind alle wieder da. Hm, ich seh's. Wir stehen gerade oben auf dem Feld. Jetzt kommt's halt jetzt. Jetzt kommt's halt jetzt. Jetzt kommt's halt. Ja, ja. Ah, dann weiß ich auch, wo ihr seid. Ich kann gerade nicht. Ich bin noch bewusst, Lüge. Anna? An sich soll sie anschießen, oder nicht? Skorpion, Skorpion, links. Du kannst eher hier runtergucken und gucken, ob du... Ich seh nichts. Ob du die siehst. Ob du von hier oben was helfen kannst. Au. Okay, ich bin da. Fuck. Ich bin gleich tot. Das ist noch ein Vorteil der Energie. Ah! Ah! Raptoren! Iii! Ah! Au! Das ist mir jetzt komisch. Ah! Da hinten ist... Fuck! Scheiße! Scheiße! Scheiße, wie? Schon wieder so ein Level-9er? Ich hasse Raptoren! Ja. So lange man so reitet, das soll so... Oh, fuck! Nee, keine Chance. Absolut, keine Chance. Äh. Das geht nicht. Ja, komm raus. Komm, dann gehen wir raus. Wir gehen... Ich will auch wieder rein. Ich hab mal gezeigt. Nee. Definitiv. So. Wolltest du dann meine Waffe und alles haben, und runterzumachen? Ja, pass doch vor, Rie. So sieht schon mal aus. Ja, machen wir noch mal mit dir. Alladin? Ja. Welches Bett muss ich dir nehmen? Äh, das ohne Namen. Das, was momentan noch belegt ist. Ja. Meine Sachen sind ja auch noch da... Ich hab ja alles drin von euch. In der Mitte die zwei Grauen, muss es sein, einster Fuh. Einster von der Beden. Okay, das ist das eine Graue. Das sind zwei Graue. Ja, das ist schon... Ja. Das ist eine Graue. Ja, aber... Ja, genau. Und das daneben. Oh Mann. Ja, aber wir wollen jetzt nicht mal das Weit weg vom Endgang, oder? Nee, das ging. Ihr wart noch ein gutes Stück weg, also... Ich hab euch nicht gesehen, ich war da, wo die ersten Fledermäuse waren. Wo die Tiere sch***en, haben wir gerade gestanden. Wir müssen auf jeden Fall wieder rein. Wir haben jetzt gespawnt, hier steht ein Dürer. Nee, seid noch ein gutes Stück weg gewesen, wohl. Ach, da hat ein Schuh jetzt sein. Wo zur Hölle ist denn jetzt hier die Tür? Gott ist das Dunkel hier drinne. Scheiße. Ah, ja. Was, Tio, war killed bei Speedy? Puma. Ja. Speedy. Puma ist da. Speedy, du hast mich gekillt? Hä? Eigentlich nicht. Ah, ich bin da. Wo ist die Tio? Du bist im Richt... Du bist am Fenster, Puma. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Okay. Du warst am Fenster. Warte. Tobi, reit mal hinterher mit Fackel und... Ach, passt schon. Ja. Ich sehe meinen Dean, der ist weiß. Wie lange dauert es, bis du wieder so auf so'n Bett spawnen kannst? 3,59, glaube ich. G-Rex, ei. Sollte jemand noch irgendwie Materialien haben, um noch ein Bett zu spawnen, dann äh zu bauen, dann bitte doch den Ball. Soll ich? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, ich guck mal nach, was braucht man für ein Bett? Eid. Ich hab alles Mögliche gerade... Wir haben gerade alles Mögliche gefarmt. Guck mal, wie wir es mit rein. Guck mal, ob wir das machen können, bitte. Oh, Puma, willst du meine Waffe, oder? Nö, warte, ich guck gerade raus. Ich hab auch noch eine Schusswaffe. Ach, Schusswaffe. Pss. So. Ich gucke, ein Bett, 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 Bett. Arro, wo ist denn das Bett? Och, ein Sperr klingt nicht schlecht. Ja, ist schwer, habe ich auch noch einen in meinem Raptor, gleich. Wenn einer will. Warte. Sweeney, willst du dir den? So. Welchen? Bei mir im Raptor ist ein Sperr. Ich danke dir. Okay. Und ich kann dir auch noch eine Waffe und einen Bogen geben, weil du kannst damit besser ziehen wie ich. D4. Ich versuche gerade rauszufinden, wo hier ein Bett ist, aber ich glaube... Oh, wir haben zu wenig Fetsch hier. Bin ich noch mal ganz kurz aufkommen, ist ja eh kurz robben. Guck mal, hast du noch Fetsch in deinem Raptor? Hm, das ist A kein Raptor, das sind T-Rex und... Ah, T-Rex. Entschuldigung. Ich haffe heute mit Raptor. Das ist ein großer Raptor. Raptor und Roco. Ich gehe jetzt wieder in die Höhle rein. Äh, Satch, wie viel brauchst du? 80 brauchen wir uns das Bett. 80? 80. Es geht eigentlich... Äh, nehm... Frag doch einfach Harledin, ob ihr kurz den Gorilla nehmen dürft, weil das ist eine Thatch-Farm-Maschine. Ja, dann hau doch mal eben mit dem Gorilla drei Bäume auf. Joby. Du stehst doch gerade vorne. Hatte ich gerade vor. Oh, scheiße, ich bin nur falsch gespawnt. Nein, ich hab das Falsche bedarf. Okay, ein Schlag vom Weg. Nichts gekriegt. Puma, ich bin da wieder gespawnt, wo du? Achso. Ja, pass auf, da draußen laufen einen Haufen Raptoren rum. Ja, ansonsten porte dich doch rüber. Porten müsste doch gehen, oder? Trotz, äh... Ich bin sicher, dass der... Was man mit dem Gorilla Satch kriegt, aus den Bäumen leben. Ja. Ich krieg gar nichts aus den Bäumen leben. Ja, dann ist das wieder Buggy. Da musst du nochmal absteigen, nochmal aufsteigen. Hatte ich das gehört? Ja, ich hab gut gehört. In der Nähe des Ausgangs. Oder bei dieser Brücke, wo wir rübergegangen sind? Nee, noch ein ganz schönes Stück dahinter. Okay. Ich krieg grad gar nichts raus. Eigenartig. Tana, probierst du mal gleich? Nee, fast, weil wir geht auch nicht bei dem Bett. Ach, verdammt. So, wo bist denn du? Ah, hier ist er. Ja, ich wollte nur grad mal noch die Sachen rausholen aus ihm. Nee, oder nicht. Ah, das muss jetzt so gehen. Aber der hat noch einiges, der hat einiges an Satch in sich drin. Gesundheit. Ja, dann braucht doch kein Schaden, wenn welches drin ist. Dann klauen wir 80 Stück da raus und dann wollen wir im Bett. Oh, ich bin bei Brunnhilde und überall. Hast du das? Bitte. Ja. Kannst du Bett bauen? Ich schmeiß grad den Späder. Ähm, ist es schlimm, wenn ich sterbe und den Speer verliere? Ich weiß grad vorne, ob ich Bett bauen kann. Ich hab dir jetzt alles reingeschmissen. Äh, Puma, nee. Ich kann ja wieder neue machen. Ich hab ja noch zwei. Au, au! Wir haben noch zwei hier. So, du kannst es auch nicht. Wir sterben, du Ratte. Au! What the fuck? Okay, ich bin da. Ich bin da an meiner Bronto-Thames-Stelle gelandet. Oh! Ja! Nackt, ja. Hey! Na? Tobi, haben wir noch Leder in den Raptoren? Äh, also in meinem ist nix mehr drin, das wüsste ich. Au! Du Sau! Guck mal grad in deinem. Fünf Leder fehlen noch. Nein, da ist auch nix mehr drin. Oh nein. Guck mal in den Schrank und in den anderen. Oh, ich fick die Henne. Fünf Leder fehlen noch. Und über mich steht ein Spinnen. Ich glaub, die nackt mir grad mein Arsch. Geht er? Na, okay. Wo war das? Da sperren, Töne? Was? Da sperren. Warte, warte, warte. Warte, warte. In Neko. Ja, trotzdem hier, nimm meine. Komm rein. Oh Gott, ist das ekelig. Ich glaub dir das alles mal. So, ich bin im Nahen. Nee. Müsst ja nicht reichen, Prümer. Die sitzt aber über meinen Knacken mit grad die Arschmacken an. Oh, diese Lecks gehen wir auf den Sack heute. Oh, ist das perversu. Multiple ist perversu. So, dann nimmst du dir... Was? Nein. Nein, nicht Jus. Stop. Die... Hight hab ich. Aha. Nimm das mit. Auf die Fresse, du Sau. Oh, das kannst du dir richtig aufs Maul hauen da unten. Geil. Das. Kennst du nicht, Christoph? Fresse. Das. Auf die Fresse. Dann nimm dir noch mal was zu essen mit, äh, im... ...Potter, hier. Wo ist er? Au. So. I'm back. Damit musst du jetzt gut ausgestattet sein. Komm zurück. Cool. Danke. Ich hab nur nichts zu machen. Uah. War ja klar. T-Rex. Aber ich glaube, der Schrank weiß. Nein, ich laufe gerade an T-Rex vorbei. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Au. Im Schrank sind noch Schuhe und Hände. Habt ihr uns wieder das Bett? Wir sind dabei. Oh mein Gott. Ist jeder jetzt da? Hast du Brunnenleder? Ja, ne? Ja. Ich bin am falschen Bett gespawnt. So. Das ist mein... Wo ist es? Waspanser noch? Der... Den haben wir einfach geplündert. Wir brauchten gar keinen Heidrohlen. Er brüllt. Ja. Das ist eh ne Bett ist jetzt zugänglich. Ich weiß, ob du wusstest, ob das das ist vom... Was ist das? Pappkamerad. Nicht mehr in der Rüsten ist eh ins aufgeploppt. Bei der unten. Bei der mit Mauszeit oder zwei Drohne geht. Das ist Runde, Runde, Runde. Das ist Rode aufgeploppt. Hm. Ich stelle trotzdem das zweite noch hin. Ähm, Speedy, soll ich denn noch irgendwas aus Fetch machen? Ich bin nämlich gerade hier. Oder bist du schon los? Ich bin schon wieder dran. Gut. So, ich stelle da noch ein zweites Bett neben. Das braucht drei Schlangen. Zwei konnte ich, glaube ich, erledigen. Die dritte ist echt ne miese Sau. Level 24. Hä? Scheiße. Hä? Wo bin ich denn jetzt? So, wir haben jetzt zwei Betten. Ich hab noch eins hingestellt. Du bist ganz unten gespawnt. Du müsstest geradeaus nach oben hochlaufen. Das Bett oben ist jetzt gerade wieder aufgespawnt. Lass mich voll. Und jetzt müssen hier zwei sein. Geht da nicht. Das Bett ist ja nicht zugänglich, oder? Doch. Eins hat noch ne Minute 40 respawn. Ach, das ist unser Wald? Das war doch frei. Ja. Teleportier dich hoch. Ich warte hier so lange. Ich bin sowieso tot, also von daher. Greifst du Stego an? Okay. Schneider reise ich übers Bett. Oh, vier Schlangen. Aber das geht wenigstens, ne? Ja. Deswegen, das hat sich alles verschoben. Die ganzen Betten haben sich auch verschoben. So, jetzt ist da ja vier Minuten drauf. Und auf dem anderen... Auf der Karte. Die komplette Karte hat sich. Im Meko müsste noch ne Pieke sein, Halladin. Okay, ich glaube, ich gehe nicht mehr zurück. Ja, da müsste er aber gut durchackern, weil ich bin auch gestorben und ich bin an so ein paar miesen Schlangen gescheitert. Demfalls an einer. Ich war betäubt und dann wurde er aufgefressen. Halladin, Speedy hat ne komplette Kriegsausrüstung von mir gekriegt gerade. Der dürfte sich da gut durchprügeln. Es gibt keine Pieke im M.A. Im Meko, im Raptor. Ach, ach so. Müsste noch eine sein. Ich bin von dem Raptor ne Pieke. Der andere Raptor, Halladin. Seht, wie es noch erleben soll. In Aller, da ist nix drin. Ach, hier ist noch noch. Ach, Mager, sie ist sauer. Lieber Paggie. Hey, wann kommt das Red wieder? Ich will auch wieder sporen. Ja, ich auch. Dann hau ich diesen Drecksviechern aufs Maul und wenn ich die blanken Fäuste nehme. Ich habe ein Schneeco gekillt. Mich hat kein Schneeco gekeillt. Ähm, da stand der Rutschge? Ja, war ich kann. So, 15 Sekunden, kann der Nächstes vorne wieder. Ich habe die Nächste mit mir auch nichts. Ich weiß, ich kann jetzt mal warte ich nicht. Du darfst jetzt auf das andere Bett warten. Schau mal, was von Nadie ist fast gehört. Ja, ich habe doch Aldi den vorgelassen. Was? Ich schmeiß dich gleich ab. Die zweite verfolgenen Folge. Ha, ich glaube, ich war schneller. Ich habe ja schon die Wörstelle. Ich habe schon wieder geklickt. So, das nächste Bette drei Minuten. Oh, alles gut. Die Worte mal nicht. Schrei nicht so speedy, dem ist wie ein Mann. Oder wie eine Maus, ein paar beiden. Der Mann schreit nicht, die kriegt. Boah, einfach Rinder runtergechappt, Klamotten geholt und gut ist. Boah, scheiße, Mann, ey. Du bist mal noch näher, ich kriege auch Rinder runtergekommen. So, Hannah? Was ist denn der Kampfmusik? Ich werde aber mein Rappdeutsch nehmen und langsam mich mal auf den Rückweg machen. Ja, warte, ich komme mit, weil wenn ich alleine reite, bin ich vor. Jetzt wird es wieder zwei Uhr, bis ich hier rauskomme. Ich versuche es jetzt auch noch einmal, die Sachen zu holen. Wenn es nicht backt, geht es eigentlich ganz gut, ne? Wenn es nicht backt, ja. Okay, guck, alles liegen da so gut. Ach, scheiße, ist die auch schon alles tot gemacht. Sind Muschi bei der Charakter auch? Ah! Ich habe auch Angst. Hä? Hm? Sind Muschi da unten? Äh, fast glaube ich, ja. Oh, fuck, Vorsicht, Schlange. Oh, links A. Das ist ein Mistvieh. Die Fresse. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, hau doch ab, ich bin ein Mistvieh. Hä? Was? Ich bin... Oh, das zieht euch mal in den Back. Das zieht so geil, das sah gerade zu Hammer aus. Hä, ich habe es einfach getratcht auf dem Bildbord. Das ist wie es flittermäßig getötet, na, und dann bin ich so auseinandergezogen und einfach in die Welt gespawnt. Was ist das für Scheiß? Ey, wir standen kurz für die Charaktere. Na, zumindest schon mal fast alles tot gemacht, was du gemacht hast. Puma, ich habe dir ein paar Sachen, paar Waffen, also ein paar einfache Sachen gecraftet. Ich will, mein Bogen. Okay, cool, danke. Ne, Bogen, Flitsche und noch was habe ich dir gebaut. Flitsche. Was, das ist eine Flitsche? Ja, diese Flitsche. Oh, Leute. Ach, du meinst jetzt Wille. Ja, die Zwille, genau, ich kam nicht drauf. Besser wie nix. Ja, natürlich. So. Und den Prügel, den neuen habe ich dir gebaut. Boah, geil. Den kann ich aber nur benutzen, um das Video zu machen. Ach, den neuen Prügel, oh, das ist cool, ne? Ja, ja, so. Habe ich doch auch nicht gefunden. Der ist ganz, ganz oben. So. Halledin, Joby und ich machen nur so einen Rückweg. Ja, okay. Weil Joby ja nicht so lange machen kann heute. Ne, ich muss ja auch irgendwann auch wieder aufstehen zum Arbeiten. Das ist richtig. Ja, trinken nur rechts, Rana, der linke ist leer. Ach, fuck, doch. Du hast zu hüpfen und dann kannst du trinken. Ja, ja, ich habe ja gerade schon getrunken, aber. Hm? Ne. Wo ist er denn? Oh, noch nicht. Ah, ich sollte noch angucken. Deine Sache. Ja. Da haben wir noch ein, zwei Bärchen, die so wein machen. Ich möchte da nicht rein. Ich möchte da nicht rein. Dann kommt zu sagen. So. Karte raus. Kunde gedammten Abion. Schumau. Prost. Und da würde ich auch erst mal sagen, dass wir den Stream erst mal hier beenden. Ja. Keine bis zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. 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 Vielen Dank.